Ich wusste, dieser Tag würde kommen. Euer Schicksal ist von den Sternen bestimmt. Das Universum hat beschlossen, euch wieder zusammenzuführen, so dass das unbewegliche Objekt endlich dazu kommt, die ungezählte Macht zu erfahren. Sieh ein, dass es Schicksal ist. Offensichtlich bist du nun der Mensch, der gebrochen werden muss. Was ist schon Schmerz für jemanden wie dich? Was ist gut für jemanden wie dich? Ich werde dir etwas zeigen, was du dir nie zu sehr ertraut hättest. Was ist gut für jemanden wie dich? Was ist gut für jemanden wie dich? Was ist gut für jemanden wie dich? Fynnigst du jetzt? Fynnigst du jetzt? Fynnigst du jetzt?